Willkommen! Mein Lieblingsstück aus der Black Label Kollektion von Billy Schillig ist Alessio 20550 in Leder Wax Cognac. Ein Stück das ich so noch nie hatte und ich freue mich deshalb ganz besonders, dass es mal bei uns ist. Denn ich liebe dieses Leder, ich war daran beteiligt es auszusuchen. Zur Garnitur. Die Garnitur Alessio ist in der Edelschiene von Willi Schillig, Black Label beheimatet. Eines der ersten Modelle von Anke Reuter designt, mit einem soften Sitzkomfort, hat extra eine Puffelmatte obendrauf, richtig wertig gemacht, in einem tollen Wexleder, eine zweiteilige Ecke mit viel Platz zum Lümmeln, zum Wohnen. Sie können hier natürlich wunderbar durch das niedrigere Anteil auch liegen. Sie können auch in der Ecke liegen. Die Garnitur ist sehr, sehr bequem und die Garnitur kann noch mehr. Sie hat einen elektrischen Sitzauszug. Der Sitz kommt, wenn Sie das Knöpfli drücken, um 20 Zentimeter vor und Sie kommen direkt in die Schlafposition. Nein, Sie können jetzt hier richtig schön sich jetzt bequem machen. Das Leder ist ein gewachstes Rhein-Analyn-Leder, ein Vintage-Leder mit allen Merkmalen sichtbar für echte Cowboys und Cowgirls. Was ganz Besonderes, ein Stück das lebt, das sich verändert, das richtig die Vorteile vom Leder rüberbringt. Natürlich nicht so pflegeleicht, wie ein zugeschmiertes Leder, aber dafür auch wesentlich hautsympathischer. Alessio wird draußen verkauft, so um die 5.500, 5.800 Euro mit Motor. Also 5.000 zahlen Sie auf jeden Fall. Bei uns ein Bruchteil davon. Dieses Stück ist ein Messestück, deshalb sehen Sie hier ein paar kleine Gebrauchsspuren, aber nichts, was nicht auch bei Ihnen in 14 Tagen oder in drei Wochen vorhanden ist. Alessio ist ein Megaschnäppchen und ich bin mir sicher, dass es leider nicht lange bei uns sein wird. Der Erste schnappt, sind Sie das. Ich freue mich. Danke und Tschüss. Tschüss.